Heute Nacht gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Lkw-Brand alarmiert. Das Stichwort wurde gewählt auf Feuer 1, da sich der Lkw umnullbar in der Nähe des Aldi-Marktes befand. Auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass ein zweiter Lkw ca. 200 Meter entfernt ebenso im Vollbrand stand. Daraufhin entschied ich, das Stichwort auf Feuer 2 zu erhöhen, die zunächst alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr am Aldi-Markt zur Riegelstellung und Brandbekämpfung einzusetzen und die mit alarmierte Freiwillige Feuerwehr Vorwerk in den Abschnitt des zweiten Einsatzes einzusetzen. Aus ersten Erkenntnissen ist das Feuer nicht auf das Gebäude übergeschlagen und wir können hier auch keine Brandspuren am Objekt erkennen. Die Brandbekämpfung war relativ schnell vorgenommen in beiden Einsatzabschnitten, sodass die nachalarmierten Kräfte auf das Stichwort Feuer 2 die Einsatzfahrt noch abbrechen konnten und einrücken konnten. Das ist mit der Kriminalpolizei hier vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. hat sein und das war die Anfahrt für einander gut verwendet. Das ist mit der Kobil-Kunz oder eine Sünderung. Das ist mit der Kobil-Kunz. Das ist mit der Kobil-Kunz. Wir haben das Handsprung, die Kobil-Kunz.